Ein Waldbrand in Altena ist außer Kontrolle. Dort brennt seit Mittwochnachmittag ein Waldstück von rund einem Hektar, einer Größe von mehr als zwei. Schon von Weitem sind dichte grau-gelbe Rauchwolken zu sehen. Das Feuer hat bereits eine Straße zu Iserlohn übersprungen und eine Fichtenschonung erreicht. Mehrere Häuser und ein Pferdehof wurden sicherheitshalber evakuiert. Die Löscharbeiten gestalten sich sehr schwierig, da das Feuer in einem nur schwer zugänglichen Gebiet ausgebrochen ist. Die Polizei unterstützt die Feuerwehr mit Hubschraubern. Sie nehmen Wasser aus der Lenne auf, um das Feuer aus der Luft zu löschen. Außerdem suchen sie nach weiteren Brandnestern.